Äh, nein, ich war schon öfter hin. Hallo? Hallo. Ich bin die Susanne und ich leite hier die Therapie. Ich schlage vor, dass sich jeder kurz vorstellt. Ja? Also ich bin... Ich bin der Martin. Ich bin die Frauke. Mhm. Esther! Prima. Und jetzt erzählt bitte jeder in einem Satz von seinem Problem, okay? Aber keine Angst. Damit das einfacher wird, habe ich euch diesen Stein hier mitgebracht. Der Stein strahlt Wärme und Kraft aus und wird euch bei der Formulierung eures Problems helfen. Streckt doch bitte jetzt jeder mal einen Arm zu mir aus und zeigt mir eure Handflächen. Wer möchte denn mal beginnen? Ja, Martin. Der Stein wird dir helfen. Was ist dein Problem? Also ich bin, äh... Ich bin Fußballfanatisch. Okay, dankeschön. Frauke? Der Stein wird dir helfen. Was ist dein Problem? Schokolade. Zu viel Schokolade. Okay, danke. Esther, der Stein wird dir helfen. Was ist dein Problem? Männer. Ich bin Fußballtan. Oder? other personen.